Willkommen zurück zu ner neuen Folge von Dead Island Und wir sollen, was sollen wir jetzt nochmal machen? Ins Lagerhaus runter Wir müssen den alten Stipp oben besorgen Der Typ, der uns oben die Aufgabe gegeben hat, der hat auch gesagt, sein Kollege lebt nicht mehr Und genau den besuchen wir jetzt Echt? Ich dachte, wir müssen jetzt runter, ich glaube, wir müssen jetzt runter, wo der Rammer war Ne Ne, wir müssen genau dahin, wo der andere gesagt hat, hier, mein Kollege Muskelgewebeproben, ok Ähm, bei der Der, äh Wie heißt der, der Der Arzt unten Der hat nämlich genau die beiden genannt, die da oben sind Ah, ok Dass die an sich das Serum testen Moment, lass mich einmal durchlaufen Lagen schon alle Sind alle schon schlafen gelegt Schlafe, kleine Zommel, schlafe ruhig Sind schon tot, ich hab auch mal mit reingeworfen Ah, hier sind da drinnen, Zommel Sie ist aber krasse, Zommel Ich glaube, jetzt kommen wir wahrscheinlich auch nochmal rein Klopf, klopf Super Ha, ich lichtere da reingehauen Ah, hinter da noch Das sind aber Hände gewesen Hinter der Tür Ja Kommt ihr zurück Mach die Tür zu Raus und mach die Tür zu Er hatte irgendwas Ja, eine Gewebeprobe von John Genau Hier ist ein Ausweis Vor dem Computer Ey, ey, Jungs Hier ist noch ein Ausweis Ich hab die andere Gewebeprobe von Nick Genau Und hier drin ist noch ein Fakt Ja, ja, genau Hat sie die Gewebeprobe gar nicht gesehen? Ne Die lag hier bei, die war hier bei dem, die war hier bei dem Typen Und hier ist noch, der liegt noch jede Menge CD Bei mir liegt hier nichts Achso, der da vorne Ja Ausweis hast du? Ausweis hab ich Gut Ich hab auch alles Gut, da kann man jetzt wieder zu... Zu... Quasi Gut Musst du bei wenigstens doch nicht mehr Ich glaub, dann war das unten mit dem Rammer echt nur für den... Du machst das ganz gefährlich, Oik Oh, uns am Ende her Ja, ja Was denn? Hab doch geklappt, was ist los? Ja Oh Wer läuft da halt hinter mir? Hahaha Keiner Ach, dich Was hast du getan? Siehste, passt doch Was passiert? Hast du nur XP gekriegt? Und ich hab Zeit gespart Hahaha Ah, nicht mehr Ihr seid ein paar Jäcke Höh Höh Entschuldigung Schluck's Ich hab Aufschluck Mhm Mhm Es sind ja auch schon wieder zwei Tage vorbei, ne Also Da kann sowas mal schnell kommen Oh nein, Alkohol Nicht trinken mehr du Nicht trinken mehr du Das hab ich mir auch jedes Wochenende Mhm Böses Ding Alles weg So Mhm Alle Türen zu machen Ja Oh, Händler, Händler Hahaha Hat nix Neues Mhm Dummdi dummdi dumm Aber ich könnte mir wieder mal ein paar Medikids kommen Ich hab nur noch 25 Nein, PC, mach nicht die Tür zu Geht doch leider nicht So Wir könnten Medo und Oika reinschicken, ich mein Und noch ne Stange zwischen reinschieben, dann Na, das kann ich mir vorstellen, dass du da gerne eine Stange reinschiebst Danke Du Händler, Händler Ich ging eher vom Tanz aus Als von dem, was du dir denkst Ohhhh Ohhhh Schnelle Mak... Ohaah Alter, 700, geil Ja, selbst meine ist besser Ja, selbst meine ist besser Also selbst die, wo ich krieg, ist besser als das, was ich sonst hatte Nett Na gut, wie gesagt, ich hab die andere ja schon ewig Ja, hab ich ja auch Ewig mitgeschleppt Ja, hab ich ja auch Aber Makrum ist doch wieder eine, die relativ langsam im Schuss ist, ne? Ja, aber halt viel Schaden macht, deswegen Ach krank Wie viel hat denn deine? Die hat jetzt 750 Okay, dann ist meine schlecht, dann kann ich meine her verkaufen Ja So Die andere hat 400 irgendwas gehabt, die ich vorher hatte Wie gesagt, wir sind halt, äh, so Waffen, die halt mit einem Schuss Wenn es gut läuft, halt mit einem Schuss, äh, One-Hits sind Da ist ja dann ein bisschen länger Ich will lieber, ich will lieber schneller, äh, schneller Waffen haben Deswegen Ja, wobei, das Ich glaube, ich versuch das jetzt auch nicht Nicht vergessen, kauft euch Reiniger Ich baue Reiniger grad drin Mit Reiniger könnt ihr im Übrigen Munition bauen Ja, brauch ich nicht Ja, brauch ich nicht So, Hauptmission Ähm, ah ja, genau, Hauptmission weitermachen Rede mit, wem? Ja, hier Komm zu mir Der West West Ich rede nicht mit einem von der West Side, ich rede nur mit Leuten von der East Side Oh, Oslo Oh, Oslo Den Drück B Ja Oh, ich rede auch Kuru ist Endemic among the native population here But the incubation period can take up to 12 years Many of the natives here have built up an immunity which keeps the virus latent even longer But this new virus is very different It goes full blown within hours I think I may be able to create a vaccine but to do so I need a stable version of Kuru, that hasn't yet mutated Can you help me with that? Suche mit Opes Hilfe einen stabilen Virenstamm Schwierigkeitsgrad? Sehr schwierig Belohnung 8500 EP Kleines Blut We must find someone from Opes Clan Someone who hasn't had any contact with the infected and get a sample of their blood or tissue Speak with the shaman Cause... I don't know if anyone like that even exists Listen to me Emily is still alive We still have a chance to save her Oh, die Stimme Oh, okay Und jetzt Drittes Kapit Opes ist doch der, der, äh Opes ist, äh Ist der, der wohnt in der Arena In der Arena Genau Ihr könnt von dem noch Cash abholen Hab ich schon 3,5 oder so Ich hab, ich hab auch ne Stahlroute gefunden So ein Schnellreisen Genau, würd ich auch sagen Ich nehm aus nem Telefon nem Telefon raus Oh, 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 oh Leck mich Hehehe Hehehe So So Ein paar Medikits gekauft Man weiß ja nie Ach, da sind noch Ausrufezeichen weiße Oder ist das, sind das auch Quests? Ähm Ne Ne, das sind drin Wir müssen wieder ins Internet Da sind wir Quests Na gut, dann gehen wir da noch Ist doch die schnelle Reise Ja, wir haben immer noch Quests Haben wir grad gesehen Da der eine Typ, den wir ganz am Anfang da gerettet haben Hallo, hast du einen Moment? Ja genau der Den haben wir ganz am Anfang, als wir hierher kamen gerettet Beziehungsweise Wer sind alle da? Wer sind alle da? Hm, na toll Daten-Dschungel Der wagt bei mir voll Wohlen, äh Ich seh den gar nicht Ich weiß auch nicht genau, wie man ausspricht Wissenschaftliche Daten aus seinem Bungalow Ich weiß auch nicht genau, wie man ausspricht Schwierigkeitsgrad ist schwierig Belohnung 3000 EP Und eine Übermachgete in Orange Ja, nett Nehmen wir mit Aber hier, ich seh den gar nicht Das ist Nguyen, ne? Nguyen, ne? Der ist gar nicht da bei mir Ich seh nur ab und zu mal den Namen kurz aufblinken Aber das war's Ich seh den nicht Gut, und? Ich glaub Frank hat wieder was Ne Lachanze Ich seh den nicht Aber, um die Formulierung zu vollziehen Ich brauche einen Ekaridin Es ist sehr volatil Und wir halten ihn in Chemikalien Denkst du, dass du jemanden findest und es nimmst? Denkst du, dass du einen findest und es nimmst? Denkst du, dass du einen findest? Insektenschutzmittel bringe Ikaridin zu Dr. Lachanze Schwierigkeitsgrad ist Mittel Melonum 3000 EP und Detoxpistole Okay Okay Ach, schon wieder da unten Gut, dann machen wir doch die zuerst Genau, also Chemikalien ist direkt um die Ecke Dann würde ich, was? Bitte? Das von dem La Roche ist direkt um die Ecke Muss ich das mal auswählen Insektenschutzmittel Das ist wieder genau da hinten, wo wir auch vorhin das Mittel geholt haben Ja, das nervt grad wissen, dass hier Sachen tatsächlich mehrere Mal ablaufen Ja, ja, das ist halt Die ständige hin und her gelaufe Und, äh, ja Das ist aber eben Dead Island, ne? Ja, ja, genau Aber war das auch davor so schlimm? Ja, eigentlich schon Genau die gleichen Wege sind wir Weil hier ist ja nicht mehr viel Das ist ja einfach jetzt ne kleinere Karte Vorher in den Gebieten waren die Karten größer Da bist halt nicht mehr genau zu der gleichen Stelle gelaufen Ich kann da nicht mal einen Punkt machen, Mensch Abs Gut Bis zurück Ich hab den, äh, ich hab den, äh, gewonnen, Hinted Ja, eiskalt Hm Seht ihr auch das rote Ausrufezeichen? Hm Waffe drauf machen soll Sollt jetzt wieder zurück und die, die Quest abgeben Achso, ja, ich dachte immer Ja, die müsst ihr abgeben, ich seh den ja nicht, den Typen Klick einfach auf gut Glück Mach das jetzt auf, ich bin ja ganz vorne Ich weiß noch nicht mehr genau wer das war Rechts, der rechts Den siehst du Rechts Ich seh den ja nicht Doch, den siehst du Ja, im Raum rechts, wenn du läufst Das ist, das ist nicht der, dem Gülen Genau der Falsche Richtung Hier Not bad Aufstieg Detox Pistole Toll, jetzt krieg ich die, was, das nen Bauplan Ja Ja, toll, jetzt krieg ich den Scheiß nicht Ah doch Kannst du nicht einfach auf gut Glück reinklicken? Haben, haben Ja, hab auf gut Glück reingeklickt Ja Gut dann, äh So, als nächstes war jetzt, äh Was soll ich machen? Datensdschungel Genau Die Chance bei einem kritischen Treffer erhöhen Schaden beim Werfen Ja, nehmen wir den Schadensbonus Warte doch Warte doch Müssen wir jetzt erstmal hoch? Ja Ja Ja, diese Jump-Run-Einlage ist es jetzt Also müssen wir jetzt erstmal hoch und dann wieder runter? Genau Okay Geh mal zu Fuß, ne? Jo, wie gesagt, die paar Meter lohnt's ja nicht Oh, hier Eins Zwo Zwei Oh, du kannst zählen Nein Eins Zwo Viele Ja, eins, zwei, viele Auch mal rein Ja Ah, ich hab die Ausdauer Ich glaub ich hab von allen die Meister Ausdauer, kann das sein? Ja Ja, irgendwie Ja, du, du hast auch 110 Startwert Der Sambi hat 110 Consti und, äh, Medus hat auch irgendwo 110 Und meiner hat als einziger irgendwie 90 So, jetzt hab ich so unten gelaufen Äh, da kommt, äh, Stummelchen gelaufen Äh, wo denn? Hier Ich bin da auch mal drauf bauen Jawoll, Herausforderung beendet Ich bin auch mal drauf aus Die ersten fünf schlechter, da hast du noch einer Da hast du noch einer Gut Oh, trappott Oh, wenig Humorang gerade Stimmt, ich hätte noch eine Raserei gehabt, wenn ich das glaube ich echt nicht gelohnt Du musst mal überlegen, äh Der, 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 äh, schlechter, was würd ich sagen Der hat, der hat sogar noch das Gas gehabt, das war also nochmal ein stärkere Welcher jetzt? Der letzte, der zweite Achso Boah Ich hab mit denen eigentlich wenig Probleme Boah, das ging jetzt auch, ich hab glaub ich noch nicht mehr allzu viele Ich bin unten Gut Ich seh dich, warte Hüpp Komm Nee, ist wohl Alter Wurde schon schwach Wurde schon schwach Ist der Rammer nochmal da? Nööööö Der noch nicht gespawnt Reicht ja nicht, wenn einer da reinläuft Ich warte an der Tür auf euch Sonst haben wir ja alles da drin gelootet, was Was da sinnvoll oder nötig drin war Ja, warte doch nicht Genau das, was ich eben noch gesagt hatte, ne? Ja Ja, nebenquest, keine Hauptquest Oh, er hat Kleber dabei Wir brauchen aber Klebeband So, ich hab'n Gut Ich dachte nur, dass er Kleber dabei hatte Und wieder zurück So spannend Ja, wie gesagt, das ist halt etwas Nive, dass sich diese Nebenquests halt wirklich teilweise immer und immer wieder wiederholen Ja, wir machen aber auch einfach alles Ja, wir machen doch gerade hier jetzt Dass du halt immer die gleichen Gebiete wieder abläufst Und das sind die hier aber jetzt selber schuld, das hier Hier unten zumindest Gut Oder nicht? Bitte? Das sind wir jetzt selber schuld, dass wir hier unten gewesen sind Oh Hm? Ja, aber da wusste ich nicht mehr genau, dass wir da nochmal runter müssen Schrägstrich kommen Ich hab's, äh, befürchtet Ja Ich wusste es noch nicht mehr genau Ja gut, aber dann Warte mal, der ist ein Connor Stopp, stopp, jemand ist ein Connor Aber wir haben doch, wir haben doch einen Ritter abgeschickt Oder irgendwas will ich Krass Oder ich, der Connor, einen Laufner krieg Was ist ein Bordlaufner, glaub ich? Ähm Guck doch mal Mit dem All Yachter Ich hab' gar keine Ich hab' nur noch den Daten-Dschungel Um Traumzeit hab' ich noch Auf der Karte, auf der Karte Hab' ich noch einen Connor Mh Ne Ahnung Ja, das war, das war eine Fortlaufende Bist ja? Äh, jaja, der Ja, der wollte Lebensmittel oder irgendwas haben Aber wir können mal kurz vorbeilaufen Ja, genau Das war der mit den Lebensmitteln Ja Der, wo uns diese, das Schwert gegeben hat Ja 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 Dann fäng ich wieder nix ab Oh, Rammer, 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 Rammer Oh Ja Warte, ich lauf grad die Kleinen Au, der Rammer läuft nicht Das war gut Eine Sekunde bevor ich die Raserei gezündet wollte Oder zünden wollte War gut geteilt Und ich hab' jetzt irgendwo hin Ach, da Ich glaube jetzt könnten die in dieses Raum Tatsache Nee Das ist nicht Connor Das ist nicht der Guck mal Da liegt einer am Boden Ah, klar Mensch Das ist aber Connor Ja, aber das ist... Warum ist der jetzt hier? Ja, aber das ist... Warum ist der jetzt hier? Please Deus Ex Machina Bringe Dr. Connors Notizen zu Dr. Monroe Schwierigkeitsgrad Mittel Belohnung 3000 EP Und ein Katana Oh, wieder ein Katana Ach ne Okay, hier irgendwo Akten Die wir aufsammeln Hier Connors Notizen Wo war jetzt noch das Fakt Oder waren es die Notizen, die du... Äh, ne, ne, hier war auch ein Fakt Dr. Monroe ist auch im Labor, ne? Gut, da kann man beides direkt dann gleichzeitig auf Ja, Dr. Merlin Monroe Wunderbar Aber jetzt wird doch gelohnt Ja War ausnahmsweise nützlich Oh, was ist das? Ach du Schande Was denn? Ich hab grad mit der Axt 10.000 Schaden gemacht Hm Jo Passiert Vielleicht war das auch diese Kill-Treffer Ich mein 10% Chance hast du auf den Kill ist halt schon nicht schlecht Und es wirkt wie es aussieht halt auch auf irgendwelche Spezial-Zombies Ja Haben mir doch schnell die Machete geklaut Jaja Kann man ja mal... Kann man sich ja gönnen So, dann nochmal ab zurück Ähm Oh nein Willst du zum Händler oder was? Ne, die Quest abgeben Ne, die Quest abgeben Ich mein ne du Ja, raupe doch auf mich Was denn jetzt schon wieder? Oh, die sind beide sogar im selben Raum Hier ist Monroe, ja Hier ist Monroe, ja Na kommt ihr Hm Hm Ganz schön machen Gut Was ist das? Dies Dies ist Erstaunend Du sagst das ist Connors Werk Oh, was ein Schade Suche Verlust Ich muss damit beginnen Dann komm zurück In ein bisschen Wenn das wahr ist Das Katana ist ziemlich scheiße Wo ist er denn? Ich seh den schon wieder nicht Kann mich schon aneinander navigieren? Der Vor dir direkt Jetzt Der steht genau zwischen uns Also ein bisschen links von dir aus gesehen Ja, jetzt zwischen mir und einer wie Jetzt musst du Einer wie weg Gehen wir sonst Ich esse jetzt die ganzen Snacks, ok? Ja Wir müssen jetzt erst mal weg Wir müssen jetzt erst mal weg Wir müssen das Katana genommen, danke Gut There it is So, wo ist das denn jetzt? Hier ist die Übermachete Hier, da gibt's die Übermachete Ach, geht so, ne? Naja, die ist bei mir nix Was? Die hat bei mir nur 619 Das Katana Ach, echt? Ja, sag ich ja Das ist nicht gut Die Übermachete Die haben aber wieder Die haben nochmal zwei gemessen Das machen wir aber in der nächsten Folge Die Übermachete ist besser als das Katana Habt ihr das an Rauschen abgegeben? Ja Hier mit der Übermachete Achso Die Übermachete ist besser als das Katana Was? Nee, bei mir hat das schon Bei mir schon Die Übermachete So Die Übermachete Hat auch nur 621 Bei mir hat die 624 Dann bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Ciao Ciao.